Dann sagt man, ein Schwein ist kein Schwein. Wenn du heute zu einem sagst, du bist eine Sau, dann meint man, du bist ein nicht-reinliches Tier, ein nicht-reinliches Tier. Stimmt aber nicht. Wir haben da hinten gerne einen Kloß. Und da gehen wir alle hin. Nur hinten. Du musst abwacht geben. Die nehmen die Nassstelle. Jetzt, da kriegst du Wasser. Weil jetzt, da haben wir eine Wasserstelle, da musst du abwacht geben, dass das da oder nicht plötzlich zu einem Kopfplatz wird. Ah, verstehe. Also da muss man dahinter sein. Und dann, ansonsten, gehen die da hin. Ein Schwein ist sehr, sehr neugierig. Ja, ich merke schon. Die sind jetzt neugierig und sagen, was ist jetzt das für einer? Und sie sehen, wie die alle die Luft prüfen. Wissen Sie, was ich da denke? Nein. Die Menschen stinker fürchterlich. Echt, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Es tut mir leid. Und Schwein hat also bestimmte Bereiche, gerade in dem Alter, die möchten einen Platz haben. Den haben sie jetzt. Schwein mag es relativ.